Noch mehr Geschenke auspacken, bitte. Okay. Welche sollen wir heute nehmen? Ich glaube, ich nehme das. Wer hat das schon aufgemacht? Wer war das? Also ich glaube, es hackt. Wer macht denn meine Geschenke auf? Das ist doch mein Job. Okay, egal. Schokolade mit einem Weihnachtsmann. Schmerz. Und dann haben wir hier noch ein Duschpflegeset. Richtig süßes Geschenk, aber ich weiß nicht, von wem das ist. Der, der mir das geschenkt hat, soll mir bitte schreiben. Ich will mich bedanken. Ich weiß nicht, von wem das ist. Und wer hat das Geschenk schon aufgemacht? Mama, Papa oder Lena? Wer von euch war es?